Erst wenn es fehlt, fällt es auf. Menschen, die solidarisch, gemeinschaftlich, tolerant denken und eigentlich ohne groß viel Buhai einen Beitrag zu was leisten. Ich finde, das geht mit Butspenden eigentlich ziemlich gut. Das finde ich, sind durchaus wahre Helden, ja. Und es gibt einfach immer noch zu wenig Leute, die Blutschland machen. Ganz ruhig. Es gibt keinen Nachteil davon. Man kriegt einen kleinen Keks und einen leckeren Kaffee. Genau. Boah, sind die Kekse lecker. Und klar, je mehr Leute das machen, je besser. Also insofern brauchen wir da schon ein paar mehr Helden von. Wie man sie nennen mag, ist egal. Ich würde mich, glaube ich, nicht als Held bezeichnen. Deswegen um Gottes Willen. Aber vielleicht hilft das mit dieser Begrifflichkeit, mehr Leute dazu zu begeistern, das zu tun. Das ist für mich gut. Danke. 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 Danke.